Ich habe hier einen Flaschenzug, die Schnur sieht man ein bisschen schlecht, die gehe hier so rund um und ist hier an meiner Hand. Und wenn ich, hier habe ich ein Kilogramm, das heißt die Kraft, die Gewichtskraft ist ungefähr dann 10 Newton, also mal ungefähr nur gemacht, 1 Newton. Und das ist die goldene Regel der Mechanik, Kraft mal Weg ist Kraft mal Weg. Also wenn ich jetzt hier einen längeren Weg habe, habe ich weniger Kraft und das passiert hier. Also wenn ich hier 20 Zentimeter ziehe, geht das nur 10 Zentimeter nach oben, weil ich ja sowohl diesen als auch diesen, dieses Seil ziehen muss. Ich kann es mir auch mit der Kraft vorstellen, ich habe hier 10 Newton, die 10 Newton hängen an zwei Seilen, das heißt ich habe hier 5 Newton und habe an der Stelle 5 Newton. Ich ziehe also nur mit 5 Newton. Diese Rolle ist interessant, das ist eine reine Umlenkrolle, das heißt ich muss an der Stelle mit 5 Newton nach unten ziehen. Ja, und also die 5 Newton bleiben, die 5 Newton, das dreht nur, aber diese lose Rolle, nennt man das, die teilt auf. Ja, ich habe hier 5 und hier 5. Ja, und jetzt, ja, die 5 Newton haben wir eh schon, wir könnten es mit der Formel machen. Also wenn ich jetzt die 20 Zentimeter und die 10 Meter habe, das eine verdoppelt sich, dann halbiert sich das andere. Da kann man jetzt verschiedenste Fragen stellen, aber das ist der einfache Flaschenzug, der sollte. Vielen Dank.